hallo guten tag ihr lieben zuschauer und zuschauerinnen herzlich willkommen auf meinen youtube-kanal deiner chance auf der suche nach neun abenteuer mein name ist jetzt das könig der youtuber der abenteuer aus weltsberg von dem youtube-kanal deiner chance auf der suche nach neun abenteuer und heute ist montag und ich war gerade bei meinem kumpel den martin von automobile martin an rasaka dem etica und penny in rasaka also von martin automobile rasaka der valka aufteinander hier in rasaka und mein kumpel das ist ein kollege mein kumpel als anrufkumpel der supermechaniker kassettmechaniker superkassettmechaniker aus unterfragen der gabriel hat das auto vom den golf 5 repariert den spiegel mal sehen kann jetzt leuchtet er gut hier der spiegel wurde repariert der blinker war schwach ja ihr könnt es sehen wie es gemacht worden ist ja wie er es gemacht hat man muss dadurch das alles zerlegen der blinker es denken viele vielleicht der blinker der fläche birne nein das ist hier ein ein teil dieses teils ein teils ein led und man muss nur ein ganzes glas hier rausholen das ding entfernen die schrauben los machen also viel ausmachen und dann das ding wechseln das könnt ihr alle selber sehen und das andere teil hat schwach geleuchtet wie ich mir nachts gemerkt habe deswegen was machen lassen und dann hat es gemacht blickt ja gut und ist ein golf 5er 1,4 liter benziner 75 ps trendline heißt es aufstattung vier türe ja mit glücker kette also es blinkt wieder top hat er rüber gemacht viel aufwand funktioniert wieder einwandfrei also ich passt beim wieder schauen wie das gemacht hat und dafür einschalten und lasst ein kommentar da ein like da nicht für mich sondern für einen kumpel der das gut repariert hat ja genau und wenn ihr ein auto braucht ein gutes auto dann geht es meinem kumpel den martin von martin autobille der autohändler hier in das acker neben penny und edeka dann da habe ich mein auto her das hat schon 320.000 oder 33.000 gewillt drauf habe ich damals vor vier jahren 2020 mit 2100.000 gewillt gekauft und bin immer noch zufrieden damit ja also wie gesagt wenn ihr denn wissen wollt wie gut diese autos sind dann schaut mein auto da mein auto beim bm der ist jetzt gerade noch bei edeka geparkt weil ich den muss ja in den auto woanders hinbringen dann ist gerade fertig geworden also und der war auf ultramattreffen drauf reingeschmuggelt auf turing treffen war schon etwas drauf bei bm treffen auch etwas drauf bei rap classic war schon drauf und hat schon einen pokal bekommen mit 2 93.000 93 dezibre als der lauteste diesel von den nürnberger tuning treffen car fever 2024 pokal zauber ich habe ich weil er einen sportauspuff hat vom supersport der extra angefertigt worden ist von diesel also gold 5 war auch super gutes auto das war mein so was habe ich fragen gelernt ich finde es sind früher gesagt man hat immer gesagt fertig auto gut ist das ist ein gold das ist das obernaut was ist los? blinker schwach das blinker ist perfekt das blinker neue teile depresend genau 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 danke